Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik MAMA, den Röfo-Podcast. Konsensustreffen zur Magnetresonanztomographie der MAMA Müller-Schimpfle und Mitarbeiter fassen die Ergebnisse des dritten Konsensustreffen der Kursleiter in der MAMA-Diagnostik vom 7. Mai 2011 in Frankfurt am Main zusammen. Die Konsensustreffen der Kursleiter in der MAMA-Diagnostik sowie die Publikation der Ergebnisse sollen eine besser abgestimmte Grundlage, standardisierte Befundung sowie Indikationsstellung liefern, als dies alleine durch das vielfach zitierte und als Grundlage weithin akzeptierte BIRADS-Lexikon möglich wäre. Da im BIRADS-Lexikon grundsätzlich eine Überführung der Befundbeschreibung in die Befundkategorisierung fehlt, führt dies gerade bei der modernsten der drei etablierten Diagnosemodalitäten der Magnetresonanztomographie zu sehr unterschiedlichen didaktischen Handlungsempfehlungen durch Fort- und Weiterbilder in der MAMA-Diagnostik. Durch das Konsensustreffen soll eine stärkere Vereinheitlichung der Befundungskonzepte erreicht werden. Dieses Treffen fand am 7. Mai 2011 in Frankfurt am Main statt. Eingeladen waren 13 MAMA-Diagnostik-Kursleiter sowie 8 Sachverständige. Im Auditorium verfolgten über 400 Fachkollegen die Veranstaltung. Das Auditorium setzte sich zu 98% aus Radiologen und zu 2% aus Gynäkologen zusammen. Nur 9% der Teilnehmer im Auditorium hatten weniger als 3 Jahre Erfahrung in der MAMA-Diagnostik, dagegen 62% mehr als 10 Jahre, 28% zwischen 3 und 10 Jahren. Am Vortag waren durch die Podiumsteilnehmer 44 klinisch relevante, aber bisher ungelöste Fragen erarbeitet worden. Abgestimmt werden sollte über Fragen zur Technik der MRT der MAMA, über die Definition gutartiger Befunde, über die Einstufung von BIRADS-Befunden, über die Indikation der MR-gesteuerten interventionellen Verfahren, sowie über Früherkennung, Abklärung, präoperative Situation und Nachsorge. An den TED-Abstimmungen nahmen zwischen 166 und 344 Teilnehmer aus dem Auditorium und zwischen 9 und 13 Teilnehmer auf dem Podium teil. Für die Auswertung wurde zwischen Antworten mit großer, einfacher und keiner Mehrheit sowie Antworten aus dem Podium oder dem Auditorium unterschieden. Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass von den 44 Fragen bis auf 2 alle mit einfacher oder großer Mehrheit beantwortet werden konnten. Die MRT der MAMA inklusive MR-Intervention durchläuft eine weitere Phase der Konkretisierung und Definition ihrer Technik, Befundung und Indikationsstellung. Das dritte Konsensustreffen dieser Art ermöglicht durch die Beantwortung zahlreicher Fragen, Hilfestellungen und Empfehlungen für die didaktische wie klinische Routine. Das nächste Treffen findet im Mai 2013 statt.